Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Feuerwehrrecht. Mein Name ist Markus Korth, ich bin Rechtsanwalt und Feuerwehrmann und heute nehmen wir mal einen reellen Fall als Anlass für dieses Video. Und zwar hat ein Nachbar die Feuerwehr gerufen, weil er ungefähr einmal in der Minute einen Ton gehört hat, der sich angehört hat wie ein Ton von einem Rauchwarnmelder. Und bevor wir das gleiche Video jetzt genau auflösen, was passiert ist und was man hätte machen dürfen, was man hätte nicht machen dürfen, an euch die Frage, was würdet ihr denn machen, wenn ihr erster Gruppenführer wärt, der eintrifft und genau mit dieser Situation konfrontiert worden wärt. Denkt einfach mal während des Intros und während des Videos drüber nach. Wir lösen den Fall dann gleich auf. Ja, vielleicht vorweg, wir gehen davon aus, dass es bei diesem doch sehr komplexen, umfangreichen Thema viele Rückfragen geben wird. Daher ist das Ganze jetzt schon darauf ausgelegt, dass es einen zweiten Teil zu dem Thema Notfalltüröffnung geben wird. Der dann die noch offenen Fragen aus diesem Video beantworten wird und natürlich auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann noch etwas tiefer gehen wird. In der Stelle auch noch der Hinweis, abonniert gerne den Kanal, damit ihr den zweiten Teil nicht verpasst. Damit unterstützt ihr natürlich genauso mit euren Likes generell auch den Kanal. Notfalltüröffnungen werden unserer Erfahrung nach häufig mit der gleichen Routine abgearbeitet, ohne sich nochmal die konkrete Situation genau vor Augen zu führen, in der man ist bei dem konkreten Einsatz. Man hat zum Beispiel von der Leitstelle die Nachricht bekommen, dass die Oma schon drei Tage nicht gesehen wurde oder der Hausnotrufdienst kommt nicht ins Haus etc. Kennt ihr alles. Man fährt also hin, macht Schema 11, guckt mal, ob irgendwo ein Fenster offen ist. Jetzt ist kein Fenster offen, dann guckt man, ob man den Zylinder ziehen kann. Wenn das auch nicht klappt, dann werden irgendwann die großen Geschütze aufgefahren. Man nimmt das Helligen-Tool oder was auch immer ihr sonst benutzt und bricht die Tür einfach auf, um in die Wohnung vorzudringen. Auch das ist wieder unserer Erfahrung nach. In weit mehr als der Hälfte der Fälle ist dann aber überhaupt niemand in der Wohnung. Wenn man jetzt den Zylinder ziehen konnte im Einsatz, dann wird häufig ein neuer Zylinder eingesetzt, dann nimmt man den Schlüssel am Ende des Einsatzes und drückt den irgendjemanden in die Hand, der gerade da ist. Hauptsache man kommt schnell wieder zurück zur Wache und der Einsatz ist beendet. Ist das natürlich vielleicht ein bisschen extrem ausgedrückt gewesen, aber ich gehe immer ganz stark davon aus, dem einen oder anderen kommt das, was ich gerade dargestellt habe, durchaus bekannt vor. Und genau dafür ist das Video da, um euch einfach nochmal ein paar rechtliche Aspekte mitzugeben, um einfach mal darüber nachzudenken, ob euer Verhalten so 100% korrekt ist und was man eventuell noch ein bisschen verbessern kann. Das Ganze teilen wir jetzt grob in drei Teile ein, um es ein bisschen übersichtlicher zu machen. Teil 1 wird sein, darf ich in die Wohnung überhaupt rein? Also sprich, haben wir eine Rechtsgrundlage, um in die Wohnung einzudringen? Was genau braucht man? Ob man dann wirklich die Voraussetzungen auch zu erfüllen, dass man die Wohnungstür öffnen darf und in die Wohnung eindringen darf? Teil 2 geht der Frage nach, wie darf ich in die Wohnung rein? Das liegt so ein bisschen auf dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz jetzt ab, dass ich eben nicht gleich das Helligen-Tool auspacke. Bevor ich nicht mehr geguckt habe, komme ich auch eventuell durch ein Fenster rein etc. Und der dritte Teil wird sich dann damit beschäftigen, wie muss ich die Wohnung wieder sichern? Also sprich, muss ich die Wohnungstür wirklich irgendwie wieder verschließen? Muss ich einen neuen Zylinder einsetzen? Wem darf ich den Schlüssel geben? etc. Aber fangen wir einfach mal direkt mit dem Teil 1 an. Der Schutz der Wohnung ist in Deutschland ein extrem wichtiges Rechtsgut und sogar schon im Grundgesetz verankert. Hier gibt es den Artikel 13, Absatz 1, der lautet, die Wohnung ist unverletzlich. Demzufolge, wenn ihr Rechtsordnung da schon schützt, dann muss natürlich auch ein unerlaubtes Betreten Hausfriedensbruch sein. Also genauso wenig, wie die Polizei nicht einfach so in eine Wohnung eindringen darf, dürfen wir das auch nicht. Nur mal so am Rande, Diebe werden auch viel härter bestraft, wenn sie nicht nur einfach irgendwas stehlen, sondern zum Stehlen eine Wohnung einbrechen. Auch das ist immer der Hintergrund, man möchte natürlich die eigenen vier Wände besonders gegen Dritte schützen. Und Dritte sind in dem Fall halt nicht nur die Diebe, die wir stehlen wollen, sondern natürlich auch die Polizei, die Feuerwehr etc. Und das ist ganz wichtig, das müssen wir uns auch immer vor Augen führen. Nicht nur die Polizei darf ohne Durchsuchungsbeschluss nicht einfach so in eine Wohnung eindringen. Genauso dürfen wir als Feuerwehr auch nicht einfach ohne gewisse Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, die vorliegen, einfach fremde Wohnungen betreten. Jetzt gibt es in den einzelnen Bundesländern die Feuerwehrgesetze. Im hessischen Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, hier ist es das HBKG also, gibt es Paragraf 64. Dort lautet es jetzt, das sind die Einschränkungen von Grundrechten, nach Maßgabe dieses Gesetzes können eingeschränkt werden die Grundrechte, jetzt gibt es dann irgendwelche paar andere noch, die genannt werden, dann kommt irgendwann viertens, der Unverlässlichkeit der Wohnung, das Artikel 13 Absatz 1 Grundgesetz. Aber das ist so wichtig, das hat auch die hessische Landesverfassung, auch nochmal in Artikel 8, besonders geschützt. Das ist jetzt bei euch, wenn ihr nicht aus Hessen kommt, mit Sicherheit sehr, sehr ähnlich. In Nordrhein-Westfalen ist es zum Beispiel der Paragraf 48 BHKG, in Baden-Württemberg ist es der Paragraf 36 und in Bayern ist es Artikel 30 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes. Es ist mit Sicherheit bei euch auch irgendwo stets drin, ich weiß nicht genau wo, wir haben uns auch jetzt nicht die Mühe gemacht, alle Landesfeuerwehrgesetze nach den entsprechenden Paragrafen zu checken, aber guckt es einfach mal bei euch an, ist mit Sicherheit bei euch eine vergleichbare Regelung auch zu finden. Durch diese Regelung wird jetzt die Feuerwehr erstmal grundsätzlich befugt, das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung einzuschränken. Das heißt, wir dürfen, obwohl es ein grundrechtlich geschütztes Rechtsgut des Einzelnen ist, dürfen wir hier eventuell von abweichen und dürfen auch ohne die Einwilligung des Wohnungsinhabers eventuell die Wohnung betreten. Und was mir ganz wichtig an dieser Stelle ist, denkt also bitte nochmal kurz darüber nach, ob es wirklich gerechtfertigt ist, eine Wohnung aufzubrechen und die Wohnung zu betreten. Wir greifen hier in ein Grundrecht des Einzelnen ein. Und nur weil der Nachbar die Oma drei Tage nicht gesehen hat, ist das nicht sofort ein Grund dafür, der Schlimmste zu vermuten und die Tür ohne weiteres aufzubrechen. Da muss ich zumindest immer kurz fragen, kennt er die Oma denn überhaupt gut? Gibt es vielleicht einen anderen Nachbarn, der etwa wüsste, wenn sie ein paar Tage zu den Enkeln gefahren wäre? Oder sind die Rollo schon seit drei Tagen unten, was völlig untypisch ist, weil sie die immer hoch macht und auch wenn sie im Urlaub ist, jemandem Bescheid sagt? Aber was ich damit sagen möchte, allein die Aussage irgendeines Nachbarn, dass er die Dame schon drei Tage nicht mehr gesehen hat, das wäre mir persönlich jetzt zu wenig, um einfach deswegen in die Wohnung einzudringen, ohne nochmal konkret nach ein paar Anhaltspunkten überhaupt zu suchen. Und das müsst ihr euch auch immer vor Augen führen, in solchen Fällen lohnt sich auch keine übertriebene Eile, weil wenn es schon drei Wochen her ist, um es jetzt mal ganz krassig auszudrücken, dann kommt es auf drei Minuten nicht mehr an. Das ist bei drei Tagen natürlich auch nicht anders, dann kommt es auf wenige Minuten, wo er nochmal beim Nachbarn klingelt oder versucht ein paar weitere Informationen zu beschaffen, auch in aller Regel nicht an. Versteht mich jetzt nicht falsch, wenn es eilig ist und man genug Anhaltspunkte hat, dann darf man natürlich nicht lange zögern, dann wird die Wohnungstür natürlich geöffnet und geguckt, ob die hilfsbedürftige Person in der Wohnung ist. Aber grundsätzlich eben nicht ohne zumindest ein paar Anhaltspunkte zu haben, einfach gleich die Wohnungstür aufbrechen und gucken, was los ist. Wie immer bei so rechtlichen Aspekten ist es hier natürlich eine Abwägungssache und ein bisschen Fingerspitzengefühl müsst ihr hier einfach walten lassen. Noch so ein Tipp, was man natürlich immer machen kann, ist sich mit der Polizei abzustimmen. Die Polizei kommt relativ zügig nämlich auch an Kontaktdaten von Angehörigen und so kann man möglicherweise auch herausfinden, ob die Oma vielleicht wirklich nur zum Familienbesuch zu den Enkeln gefahren ist. Einen abschließenden Katalog, wo man jetzt so sagen abhaken könnte, dann dürft ihr, dann dürft ihr nicht, den gibt es eben nicht. Es ist immer eine Einzelfallentscheidung, die ihr vor Ort treffen müsst und wenn ihr genügend Argumente für das eine oder für das andere habt, dann könnt ihr eure Entscheidung auch immer gut begründen. Aber wichtig ist, ihr müsst halt einfach mal drüber nachdenken und nicht immer direkt mit Schema F loslegen. Rechtlich ist das dann übrigens völlig egal, ob am Ende eine hilfsbedürftige Person in der Wohnung gefunden wird oder nicht, solange man einfach nachvollziehbare Anhaltspunkte hatte, warum ihr entschieden habt, ihr guckt jetzt in der Wohnung nach, ob sich da jemand befindet oder nicht. Im Verwaltungsrecht nennt man das Ganze dann, ihr habt einen Gefahrenverdacht, das heißt, ihr wisst nicht hundertprozentig genau, ist jemand in der Wohnung oder nicht. Dann dürft ihr natürlich nachforschen, ob jemand in der Wohnung drin ist, also ob eine Gefahr vorliegt. Und wenn dann sich hinterher herausstellt, es hat niemals eine Gefahr für eine Person gegeben, dann ist das nicht schlimm, weil ihr einfach diesen Gefahrerforschungseingriff vorgenommen habt. Ihr seid der Gefahr nachgegangen, habt geguckt, besteht da eine Gefahr oder besteht keine. Und wenn sich herausstellt, es war niemand in der Wohnung drin, dann ist das auch überhaupt nicht schlimm. Genau, wichtig ist halt nur an dieser Stelle, nehmt euch nochmal die Zeit, um mit dem Nachbarn der Polizei, Angehörigen zu sprechen, bevor ihr handelt, wenn die Lage es zulässt. Aber kommen wir einfach jetzt mal auf den reellen Fall von ganz am Anfang zu sprechen. Jeder von uns sollte in der Lage sein, um einfach gleich mal die Quintessenz jetzt vorwegzunehmen, den Alarmton eines Rauchwarnmelders von einem Batteriewarnton zu unterscheiden. Deshalb habt ihr vermutlich auch gemerkt, dass genau das hier nämlich vorgelegen hatte, also wenn es nur einmal die Minute piept, dann ist das eben nicht der Alarmton, sondern es ist einfach nur der Batteriewarnton. Es bestand also niemals wirklich eine Gefahr, dass es in der Wohnung brannte. Die Feuerwehr durfte auch nicht ernsthaft davon ausgehen, dass es in der Wohnung brennt, nur weil der Batteriewarnton einmal in der Minute ertönt. Also im Verwaltungsrecht widerspricht man jetzt hier von einer Scheingefahr oder einer sogenannten Putativgefahr. Zu dem Thema, weil schon viele, viele Fragen auch zu dem Thema kamen, gibt es mal ein separates Video, womit uns mit dem Thema Scheingefahr, Anscheinsgefahr, Putativgefahr, Gefahrenverdacht etc. ein bisschen genauer beschäftigen. Aber das ziehen wir jetzt mal in separates Video, das wird sonst hier zu viel werden. Also, was hat das Gericht gesagt? Ein sorgfältiger Feuerwehrmann, eigentlich jeder Feuerwehrmann hätte erkennen können, dass es kein Alarmton eines Rauchwälders gewesen ist, sondern eben der Batteriewarnton. Die Feuerwehr durfte daher nicht davon ausgehen, dass hier wirklich eine Gefahr vorlag. Mit einer Strafverfolgung musste jetzt hier die Feuerwehr nicht rechnen wegen Hausfriedensbruch. Das ist zum Glück nicht passiert oder ist mir zumindest nicht bekannt und habe ich auch sonst noch nicht gehört. So weit geht es dann also nicht. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Allerdings geht es in solchen Fällen natürlich wie immer im Leben ums Geld. Und hier war es dann konkret so, dass die Gemeinde natürlich die neue Haustür bezahlen musste, weil sie die Tür eben aufgebrochen hatten. Und genau so hat es dann auch das Amtsgericht, ich glaube es war das Amtsgericht, entschieden. Jetzt wandeln wir den Fall noch etwas ab. Ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes im Erdgeschoss hat offen gestanden. Da jetzt kein ausgebildeter Gruppenführer zum Beispiel anwesend war, wurde die Gruppe von einem jungen Kameraden geführt, der aufgrund seiner Universität nicht nur das Gebäude gegangen ist, sondern direkt das Aufbrechen der Tür befohlen hat. Also auch in diesem anderen abgewandelten Beispielsfall sollte jetzt ganz klar sein, dass hier ein Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip oder den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz vorgelegen hat. Wir dürfen keinen unnötigen Schaden anrichten, wenn sie es auch anders, also wenn sie es vermeiden lässt, wenn wir auch andere Zugangswege haben. Also erst nach dem offenen Fenster oder sonstigen zerstörungsfreien Methoden schauen, um die Wohnung vorzudringen. Und hierzu zählt auch ganz besonders der Schlüssel, den man vom Nachbarn einfach vielleicht bekommt, wenn man mal klingelt. Nur wenn das alles nicht geht, dann müssen wir eine Methode wählen, die ein bisschen mehr Schaden verursacht. Also zum Beispiel dann, wenn man den Zylinder nicht ziehen kann und ihr habt einen Dremel dabei oder sonst irgendwas, dass ihr dann versucht, eine etwas schadenverursachende Methode zu wählen. Und auch nur, wenn das jetzt alles nicht funktioniert, dass ihr dann wirklich die großen Geschütze auspackt und kommt dann mit dem helligen Tool oder mit irgendwelchen anderen Brechwerkzeugen und brecht die Tür wirklich mit Gewalt auf. Noch ein Tipp. Wann immer möglich würde ich mich in fremden Wohnungen versuchen zu zweit zu bewegen. Es kommt zum Glück ganz, 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 ganz selten vor. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass dann behauptet wurde, bevor es den Feuerwehreinsatz gegeben hatte, lag der Geldbeutel auf dem Tisch und der ist jetzt weg, nachdem die Feuerwehr auch wieder weg ist. Und ihr würdet mit Sicherheit oder mit der sehr, sehr nach hoher Wahrscheinlichkeit auch sonst nicht verurteilt werden wegen Diebstahls, nur weil das dann der Wohnungsinhaber behauptet. Aber es kann einfach nicht schaden, wenn ihr hier noch einen zweiten Zeugen habt, der dann genau sagen kann, nein, wir sind zu zweit in der Wohnung gewesen, da hatten die im Leben den Geldbeutel gelegen und wir haben auch keinen Geldbeutel eingesteckt. Dann werden solche Anschuldigungen einfach direkt im Keim erstickt. Ja, jetzt ist die Frage, wen lassen wir denn jetzt in die Wohnung rein? Müssen wir die Wohnung wieder verschließen? Und wem geben wir den Schlüssel, wenn wir einen neuen Zylinder eingesetzt haben? Auf all diese Fragen werden wir dann in Teil 2 zum Thema Notfalltüröffnung eingeben. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Lasst dann gerne einen Like, dann abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020